so hallo meine freunde ich gebe mein youtube comeback mit 5 lang lang ist es her dass ein video mal von mir kam also außer jetzt diese kleinen wheels und sowas ja ich freue mich auf jeden fall dass es endlich weiter geht wir spielen sniper und ich bedanke mich recht herzlich bei rebellion weil ich habe das spiel tatsächlich muss bekommen freue mich und ja ich würde auch sagen wir schnacken nicht lange wir spielen die kampagne ich habe noch nichts gemacht ich habe absolut gar nichts gemacht gar nichts der vier freunde sind online aber ich habe absolut keine ahnung ich habe den vierten teil gespielt den dritten teil gespielt ersten beiden leider nicht wir spielen eine neue kampagne und die invasion der achsenmächte mache ich aus weil das bedeutet ja dass andere spieler tatsächlich in unsere mission mit reinkommen und dann einfach ja so so sachen ja uns erschweren dass die mit und snipe an können gegen und snipe an können durch das mitbekommen habe wir starten eine neue kampagne wir lassen den gesamtschwierigkeitsgrad auf normal das heißt wir haben hier noch mal im kampf steuert können wahrnehmung widerstand von feinden zivilist wenn wir respawn ja gut das ist egal so als kadett oder darüber werden kugeln durch den geschosseinfall beeinflusst das ist wichtig genau auf kraftschütze werden die kugeln vom wind beeinflusst oder das ist das was wir halt machen genau praktisch ich würde sagen das passt soweit wir spielen mal alles auf mittel und dann würde ich sagen warten wir mal das spiel ich bin sehr gespannt ich freue mich auf ihn auf jeden fall schon mal im atlantik und mal das sieht so gut aus fairburn captain says will be surfacing in five clear on your orders we wait for air cover for my boys in the raf once they start their raid we use the distraction break on the beach your team destroys the coastal defenses to the west i neutralize the defenses here and proceed inland to rendezvous with blue viper at the safe house in town as quietly as possible i don't want to come back to the beach and find the place crawling with germans they spot the sub before you blow those guns me and my team will be stuck here in unser best i can do quiet you better garantier für nix also ein bisschen hab ich aufgetraubt hier das ist jetzt hier das fühlt sich genauso an hinterfriert noch eine ouch ich muss mal ganz kurz hier mal schauen ich muss mal ganz kurz die steuerung wir generell mal so ein ganz kleines bisschen runter gehen und schon was die und auf jeden fall mal so ist nur die frage können wir nicht irgendwie einstellen dass wir auch deutsche sprache haben also nicht naja egal auf jeden fall so ein bisschen für besser für das passt auch schon mal muss mal acht und hier geht der schuss auch einmal raus und hier geht der schuss auch einmal raus und hier geht der schuss auch einmal raus so ziel abgeschlossen ok machen wir ja spiel sieht so gut aus man geil ich freue mich auf ihr so wir sind auf jeden fall alleine hier in Frankreich unterwegs also jedes große sniper spielt spielt hier immer in einem einem weltkriegsszenario ich merke auch jetzt schon eine veränderung super zum nächsten Teil und zwar ist der halt viel viel schneller unterwegs auch wenn er crouch oder so so gucken wir mal ob wir hier irgendwo gegner finden gebiet sichern sagt er mir so da oben haben wir ja soweit alles ausgeschaltet ich denke einfach mal dass der uns hier der uns mal da da langsam ranführt ich weiß nicht mehr ich denke einfach mal dass der uns hier so ja gut dann ist hier jetzt erstmal ganz einfache und simple steuerungserklärung jetzt auch alles soweit gleich ja flaschen greife oh haben wir jetzt haben wir jetzt begrenzt äh sachen die wir zum anlocken nutzen können die attrappe ist neu sind die well guns der ist es der ist es der ist es der A1 ah und wir können schon direkt hier ah cool wir haben dreifache Munition aha also ich weiß soweit dass wir dass wir dass wir im ersten Teil ja die äh im vierten Teil die Ultraschall Munition hatten und die ähm normale so war ich gerade etwas verwirrt dass wir jetzt auf einmal auch eine dritte haben so mein Freund suchen wir dich einmal hier da zwei Verbände geholt hier gibt es auch ah und Standardpistole ah was haben wir hier noch Pistole und Pistole so hier seht ihr schon kommen hier kommen die gleich von oben runter wir müssen uns dann in dem Fischmund ja ich kann nicht meine Position abgeben wir sollten ihn ruhig abgeben und plötzlich explodiert der Himmel warum gönnen uns die verdammten Alliierten zur Abwechslung nicht mal eine ruhige Nacht tötten oder nicht tödlich da muss ja kein Risiko eingehen ne er wird Teil einer Pistole sie hält ihm die Schäden ich will nicht raus so dann tragen wir den mal wecken wir den guten mal ich weiß ja nicht ob wir das machen müssen ah ok wir können also ich einmal geben wir ihnen verdammt nochmal was worüber sie sauer sein können hm das heißt wir müssen die jetzt einmal hier anlocken das bedeutet wir wählen einmal die Flasche aus was ah was geh mal schauen wie gesagt das Projekt wird auch zweimal die Woche kommen ich werde auch mal ein bisschen im Voraus aufnehmen damit ich ähm keinen Stress mit den Zeit und habe weil ich möchte das Projekt gerne durchgehend haben deswegen wird das Projekt dann immer auch an einem äh Dienstag und an einem Donnerstag kommen haben wir nämlich immer zwei Tage in der Woche wo wir das dann immer regelmäßig haben und ja ich freue mich auf ihn so 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 doch einfacher als ich dachte ich nehme auch immer äh versuche auch immer so gut es geht alle Leute zu so ich nehme auch immer äh versuche auch immer so gut es geht alle Leute zu sie müssen es irgendwo versteckt haben bestimmt haben sie es noch nicht über den Kanal transportiert wir müssen weitersuchen wir müssen weitersuchen haben wir einen hier er hat einen Bootshausschlüssel hm dieser Mann hat etwas wo ist er alleine da wo ist er alleine da wo ist er alleine da oder deutsch hier auf komische deutsche Akzent hier wo siehst mich keine Angst hui hui und das war das Herz wunderbar also ich habe auch hier gerade so Sachen wie Killcam und so habe ich jetzt immer auch auf äh dass es jetzt nicht jedes mal kommt und jedes mal passiert einfach auch weil es ähm ja äh finde ich so ein bisschen störend ist military papers Sie haben einen Blick und sehen was hier passiert hier genau dann schau According to this the SS captured a resistance cell in the town last week it must be blue vipers network so dann gucken wir mal aha so dann haben wir schon mal zwei ah wie machen wir denn praktisch machen wir auf jeden Fall hier vier hohes Gras werden wir denke ich zu unserem Vorurteil ausnutzen ich habe mich zu erledigen ich habe mich zu erledigen ich habe mich zu erledigen ich kann sie nicht nur um sterben wenn sie geimpft wurden nehmen wir davon aus dass hier noch so ein bisschen tutorial mäßig läuft wenn wir noch so ein bisschen Freiraum haben wie gesagt erwartet auch von mir keinen Speedrun also ich werde jetzt nicht hier hingehen und alles warte mal kriegen wir eigentlich mehr Punkte wenn wir die nicht tödlich rausschalten hier kriegen wir 80 Punkte oh nein warte war das jetzt im Spiel oder was draußen ah es gibt tatsächlich Punkte wenn wir die verstecken das ist cool das ist cool so und hier haben wir jetzt auch zwei Möglichkeiten zu gehen einmal außen rum und einmal oben rum dann würde ich sagen gehen wir mal hier oben rum hier vermint oder so wir bleiben auch hier schön in der Hocke ich sage euch leute wirklich auch die Atmosphäre von dem Game hier auch eine ganz andere Waffenkammer ah Mist ok ich kann nicht auf den Tank drauf da haben wir einen hier haben wir einen hätten wir einen dort haben wir einen erst mal alles markieren da war noch wer oder ach ne das ist einfach nur ein fetter Tank mal gut für Verwirrung jetzt ach ne guck mal da steht doch noch ein ups Assassine zusammen fünf tödliche Messerangriffe die als Phantom Kills gelten oh da haben wir noch einen so cool wäre das wenn wir natürlich alle Leute jetzt irgendwie da ähm hier 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 ich hier ich werde es nicht irgendwie so 100% spielen wo ich hier alle Leute hier alles ah dann hier hier ich will früh ins Bett klemmt soll endlich die Informationen aus ihnen rausholen die wir brauchen ah ok wir mit der Zeit die Sachen auch verschwinden die Sachen auch verschwinden nehmen wir mal was aus je eher sie brechen desto eher ist es vorbei sie sollen uns doch einfach entnehmen morgen was wir wissen wollen was hallo wer ist da wer ist da und tschüss cool ah er ist nur bewusstlos das ist einfach nur traurig wissen die Idioten nicht dass der Krieg für sie vorbei ist nicht hin mein Freund was war das? ist da jemand? nein nein Gott wie sieht das gerade in der Aufnahme aus? ich hoffe das sieht nicht so in der Aufnahme aus wie ich es gerade denke ach ne es gibt auch Leute es gibt Fähigkeiten baum geil mhm warte mal das ist äh das ist äh wie heißt es hier äh wie die ja so DLSS ne okay das war mein HDR bitte dies zu entschuldigen gut dass es aber auf jeden Fall noch aufgefallen ist Leute das war es mit dem ersten Part von Sniper Elite 5 äh lasst mir gerne Daumen Abo Favo keine Ahnung was alles da wir sehen uns äh im nächsten Part wieder bis dahin ciao euer theory